So, ausgeruht fit und weiter geht's. Und da ist er eh schon, der Spasti. Ja, machen wir ihn gleich fertig. Tschüss. Aufpassen, aufpassen. Ja, ja, komm her, komm her. Machen wir mal den einen da. Ja, machen wir lieber mal den einen, weil sonst... Ah, fick dich. Immerhin. Immerhin den Schuss. Alter, Alter. Können wir gleich wieder von euch beginnen, Alter. What the fuck? Fick dich, Alter. Fick dich. Fick dich, Alter. Oh, shit. Richtig schlecht, beginnt euch schon gut. Ähm, Geisterimblem, ey. Kauf mir einfach mehrere Geisterimblems, oder was? Ja, da. Aber bis hier geht. Tschüss. Immerhin, wir haben Geisterimblems gekauft. Ah, oh, hi. Ich hätte definitiv sogar schon mehr, schon längst mehr gehabt, aber... Wollt's nicht. Ah, ha. Die checken da keine Leute mal, dass ich da jetzt... grad ihren Habschi da fertig gemacht hab. Also das... also das mit der Steuerung da... das müssen sie aber... Ja, schau. Wir drücken da einmal drauf und der ist schon... Jetzt drück ich drauf. Ah, wow. Ja, natürlich Fahrzeug im Moment. Ist immer klar. Ist das nie geklappt. Oh, oh, oh. Na ja. Ich glaub, der schießt noch immer. Kann schön sein, dass der noch immer hier rumschießt. Zack. Hey, 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 hey. Der wird nicht geschossen. Ein Wahnsinn. Ja, er brennt als andere da nieder. Alter! Alter! Fick dich, Alter! Einmal. Hey! Hey, 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 hey! Du Mistgeburt, du! Lass mich da... Lass mich da mal in Ruhe da mal... ...das machen und dann können wir ja weiterreden. Weil er fickt mich da jedes Mal, ist ja Wahnsinn. Dann kommst du denn da rauf. Ist ja schon mal auf wenigstens ein Vorteil. Ist immerhin schon mal ein Vorteil. Ah, der ist so richtig... Masse. Alter, da sind ja richtig viele da. Warte. Geht den. Zack. Zack. Okay, war nicht... Ja, ich denk's mir grad. Das war ja letztens mehr. Das war definitiv letztens mehr. Na komm. Na komm, Burli. Süß. Süß, süß, süß. Ja, mit deiner Waffe kannst du dir nicht gescheit werden. Da passt das schon. Da kann man dich besser aufspitzen. Hihi. Und zeig. Ah, das ist ja nicht ausgegangen. Aber jetzt. Oh fuck. Oh fuck. Mit noch weniger Leben da herkommen, ist auch super. Oh. Oh. Oh, das ist auch gut. Ich will mal kurz sein. Hei... Ah. Fick dich. Du scheiß verbundenes... Du scheiß verbundenes... Hurkid, Alter. Du scheiß verbundenes Missgebunden. Dreck so. Hurensohn. 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 Missgebunden noch eins. Schloch, Alter. Drecksbutter, Alter. Ja. Tschüss. So. Zack, zack. Ah, super. Na, nicht schlecht. Weitze mal kommen. Weitze mal kommen. Weitze mal kommen. Ah, Münzen. Jede Menge Münzen. Jede Menge. Ah. Jede Menge. Zum Glück kann keiner schießen. Sonst haben wir gefickt. Sonst wären wir dann noch gefickter als wie vorher. Alter. Der Kumpel sowas lächerlichen gar nicht mehr ab. Wahnsinn. Oh, hi. Wann bist du wieder? Also, ich vorgehe nur so. Ist rein Neugier. Oh, hi. Oh. Oh, der, der. Weiter. Der hat nur die ganze Zeit geschlafen, der Wichser. Bist du neust. Da hab ich mir eigentlich nicht drauf gehabt. Ich weiß nicht, wegen einem Hund. Abpassen. Fast. Nein, immerhin. Überlebt hab ich aber schon. Da war... Oh, fuck. Ach, die Scheiße. Da haben wir wieder was. Herunter. Bist du treppert. Einmal. Zweimal. Sommer. Ja, genau im Feuer, oder. Super. Tja, dann sollten wir sich aber auch mal kurz so drinnen da umschauen. Oder vielleicht bei dem oder bei der hinten, die irgendwas drin haben. Bei Angegner haben wir sogar noch. Das war sie. Beziehungsweise, wie es anzeigt war. Muss jetzt nicht heißen, dass es natürlich noch gibt. Aber... Ich glaub... Nein. Ich glaub's nicht. Aber schon halt... Ja, genau. Sowas. Dass man wenigstens bei jeder hinten da einmal kurz reinschauen. Mach wirklich, wirklich alles an. Warte, was ist meine. Da, was geht's dir? Und tschüss. Entweder, tschüss. Entweder war der Bumm zu, oder hat nix g'scheckt, Alter. Das wird da sein. Der war Bumm zu. Ich hab alles. Hey, dann muss ich mal ein bissel gönnen. Oh, fuck. So wehren kann ich mich auch nimmer, gell? Nein, definitiv nein. Und hier bin ich. Alter, wei... Alter! Da mach ich mal kurz 10 Minuten Pause. Schau mir kurz das Finale von Yu-Gi-Oh! GX an. Und was ist? Kann gar nicht mehr parieren, Alter. Übrigens... Es... Also, wenn nicht... Ja, ich tue mich jetzt mal zum Thema äußern. Habe ich gefeiert? Das Ende, muss ich schon sagen. Aber... Das Problem war, das war nicht das richtige Ende und das richtige Ende gibt's nicht auf Deutsch. Das ist... Das ist... Jetzt frieße, Alter, meine Scheißschwerter oder das einmal reifotze, du! Zack! Zack! Tschüss! Woah! Was fein ist! Zack! Jetzt muss ich erst recht doll wieder mal machen. Oh, shit! Ja, machen wir halt die Heilung, du... Weiß aber cool! Ah, shit! Jedenfalls... Ähm... Ja... Das ist zwar das... Ja... Das ist bei uns halt das Finale. Sag mal so. Sag mal so. Das ist bei uns das Finale, aber nicht in Japan. Und jetzt geht man halt am Arsch, weil es kommen dann noch richtig geile Folgen sicher, beziehungsweise... Da sieht man dann halt wenigstens da... Dass ein bisschen da noch was weitergeht. Und da kommen sie noch die heftigsten, der heftigsten Folgen... Weil... 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 Ich will ja nicht... Ich will sowas verraten, was ich da jetzt... Irgendwie da jetzt das... Die ganze Serie da verdirbt. Ich muss... Ich muss schon wieder... Ich muss schon wieder gehen. Ich... Ich kann ja so mit so wenig Clemen dann nicht die ganze in der Mai machen. Das geht ja nicht. Bist du narrisch. Schlecht kann man nur sein. Ich... Schlecht. So... Wieder kurz ausruhen. Wir können ja auch noch eine Technik werden lassen lernen, oder? Also... Schecht. Ich... Ich... Psch... Psch... Ne... Ja... Gebiete... Ultima. 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 Sag... 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 Tschüss. Sag... 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 ich kann kommen da hat das uns kündig auszupfen sonst könnte ich wirklich auszupfen schießt einfach mal komm her ja wir sollten wir sollten das lieber so machen ich finde es nur interessant mit dem wir stehen nicht das Bühnen sammeln ich glaube das will bitte nicht frisch zu gehen das kann immer noch einer Kampf ums ausgerüstet werden ja schön und gut interessant was ist denn das alles Öl wenn das Gefäß zerbricht wird alles in der Nähe mit Öl bedeckt ja wieso nicht weil wir das eigentlich relativ oft jetzt gefunden haben wieso nicht ich würde es gern werfen ja er ist eigentlich mit Feuer unterwegs zu sieben da los so dass sie in der so dass sie normalerweise nicht selber anbrennen kann so mehr gehen eigentlich von der so was er hat wie das System also super ok wo wir was ja geko was 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 wir haben schon wieder öl wir sollten sie unbedingt der waffe zu legen was das feuer kann oder aha das muss ganz schnell geht es geht das haben wir von hinten gefickt unnötig dass ich es wieder so viel verloren hat unnötig ach du scheiße das haben wir schon wieder verbracht okay okay wir werden das nie weiter schaffen mehr und das ist noch einmal ein boss das ist ja noch trauriger es ist ja noch trauriger wir sind einmal beim bursag kommen und ich komme nicht einmal weiter mehr super hi und tschüss ich habe mir vor dass wir nicht so ein bogenschütz mehr haben wir müssen noch daherkommen warte haben wir das gleich mal so so irgendwie wieder auf ja der kommt ja wieder nicht auf das ist ja wieder der werte voll idiot auch ja super spielzeug mit dem öl nur ob sie recht das das der der ok so interessant die johannes anerkunden kuhn daxler Prozent Prozent der weniger da wird von ja genau Gott sei Dank immer ja oder Drecksgüter sind aber trotzdem genug die Gegner eigentlich vorhanden eigentlich wenn dann den schon klar auch wenn es nur Boden liegen ist immerhin schon mal etwas kommt es mir so vor wie wird es da leuchten aber so rötlich weißt es dass da vielleicht irgendwas heftiges da drin sein könnte hier kommt es vielleicht kommt es mir ja auch nur so vor vielleicht ist recht durch die Kerze oder vielleicht ja vielleicht durch die Kerze kann schon möglich sein so wir haben da mal den nächsten Spaß hier Spaß ja gut erkannt ja gut erkannt wartet ihnen ihre Schädel bitte das ach das wäre aber was Feines das wäre wirklich was Feines wenn man jetzt einmal nicht nur die eine Waffe hätten sondern gleich so ein bisschen was so verschiedenes und so ja das würde ich schon feiern da kann man schön öffnen genau nice da kann ich dann wenigstens durchspazieren muss nicht wieder den ganzen Scheißdruck da machen fickt's euch endlich Gott sei Dank was ist denn das da bevor man unterstecken bleibt besser bevor man stecken bleibt besser nicht und naja so muss das gehen alle servis 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 ja einmal drumherum oder so oder was oh 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 wecker 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 so hey was ist denn da los kann ich mich da mehr machen ah shit hee ja alter 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 wichser du du wichser neuda extra Schock du tut er schön vor allemher machen und so, wie du irgendwas zerreißen kann und dann ja naja da kommt doch, du zerfickt. Tschüss, ein München erledigt, bis nächstes fällig. Oh nice! gut zu wissen gern mal fürs farmen definitiv ein paar mehrere am start da ist aber war eine farme oder wo ich kann schauen machen bist du narisch aber ja ich glaube aber damit tropfen kommt bist du teppert oder will ja nicht einmal will ja nicht unbedingt noch einmal perfekt nehmen wir sie ja die kürchen die kürchen nehmen sie einfach auf den passen aber nicht bei der ersten runde definitiv nicht bei der ersten runde so wenn du sagst okay jetzt taue ich mir das schon zu jetzt wird es dann schon langsam knapp dann sage ich okay aber sonst hebe ich es mal auf sonst hebe ich es mal ganz ehrlich auf schon braucht durchschauen vielleicht gibt mir ja wieder irgendwas wichtiges interessant achsten wir gar nicht mal so uninteressant wer wirklich gar nicht mal so uninteressant was man dann halt ob man die halt dann wirklich nutzen kann die hax wer eigentlich schon was feines wenn man die hax nutzen könnte ooooh schön ist die eine schwere schwarze eisnachs die von sie nur mal verwendet wird die kann man jetzt kommen die zu aus so vielleicht wird dem gesperrten dann noch oder in metafähigkeiten vielleicht kann man das sehr umrüsten dann später dies kann auch möglich sein dass man das später quasi umrüsten kann wenn man wenn nicht schlecht doch lieber schleichen so und tschüss hi oh fuck oh fuck tschüss bist du nahisch gott zu dank ähm hi also nicht ob ich da überhaupt da eine der für wurscht scheiß drauf aber es ist einfach eine loschen ich versuche euch nicht zu bewegen dadurch werden eure wunten noch schlimmer nein ich muss gehen unter den randiten befindet sich ein schnobelweger er besitzt so ist es keinem wenn ich mich ihm nicht stelle kommt nicht in Frage schnobelweger ein schnobelweger bist du teppert ui da haben wir dann einen gescheiten gegner vor uns wer seid ihr ich bin kein dieb ihr gehört zum jungen herrn oh dem himmel sei dank edler shinobi diese dreckigen banditen haben es auf den jungen herrn abgesehen wir haben bereits den hügel erklammend das anwesenden breite statt sieht aus als gäbe es für den jungen herrn keine fluchtmöglichkeit ich nähe euch an shinobi ich nähe euch an shinobi reizt den jungen herrn ich verkaue euch das an gegen mittel bruder uuuu was feines das werde ich danke 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 genauer ja das ist ich was fein ist und da fein auch noch was wir dann natürlich auch für gegner dann später haben werden was diese machen. Ja, ihr müsst es gewesen sein. Der Erb! Der Erb! Der Erb! Hm, interessant. Wirklich interessant. Ja, wir sind eh schon oft genug gestorben. Also, haha. Aber wirklich interessant, arg. So. Ja, bitte tu dir weh. Bitte. Bitte tu dir das. Bitte. Ähm. Ei. Ah! Okay, Gott sei Dank, ich wollte ihm schon abstechen. Wolltet ihr auch gerne Dinge? Mann, Herr, ihr seht aus wie ein... Shinobi, glaube ich. Such dir was Bestimmtes. Aber egal. Ich war bereits vor euch hier. Seid wachsam dort draußen. Ach, äh. Übrigens, auf dem Weg hierher habe ich eine dreistöckige Pagode auf einer Klippe entdeckt. Eine wirklich edle Pagode. Ich wette, dass dort irgendein Schatz versteckt ist. Hm. Muss einfach. Zumindest glaube ich das. Ja, ja, glauben. In Wirklichkeit ist eh ein Schatz wahrscheinlich dort. Geht dahinter mal eh nix. Ja, dann... Nein, das ist sowieso gesorgt. Dann können wir eigentlich ruhig weitergehen. Ja. Da aufmachen müssen wir jetzt. Nicht auch unbedingt, aber davor. Ja. Uh, dann machen wir auch schon mal unseren ersten Abschirm mit Schirr. Ja.